Und der vierte Akt beginnt. Dieser Wäschewagen ist derselbe, den sich Mauern gesehen hat, nicht wahr? Er ist so groß, dass ein Erwachsener hier hineinpassen würde. Moment mal, man könnte ihn benutzen, um ein Leiche zu transportieren. Im Wäschewagen könnte man niemanden verstecken. Hat der leider ihn benutzt? Ich würde ihn wahrscheinlich nicht ansprechen, aber hey, hi, ich habe dir wieder Hinweise. Oh. Was läuft? Oh mein Gott, was läuft? Oh. Ich würde ihn schon mal säumen. Oh, ich würde ihn nicht tun, was ich. Was ist das? Oh. 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 Augenmaske. Ah. Das heißt, dass sie gar nicht wirklich sich selbst sein mussten. Sie wurden nicht erkannt einfach. So, ne. Oh, wie hieß Mo? War Mo am Ende vielleicht selbst die Täterin? Wieso ist die abgehauen? Also ich vermute, oder ich verdächtige momentan die Sekretärin. Die kommt mir sowieso schon komisch vor. Kazu errichtet sich wieder auf. Die Schwestern trugen Masken auf der Bühne. Auf den ersten Blick würde keiner Linda erkennen. Das scheint doch interessant zu sein. Conan, hast du das schon gehört? Äh, was? Utaku, früher wollte sie einmal Spitzentonere wehren, deshalb sieht sie so hübsch aus, richtig? Wenn ich es mir recht überlege? Dann wäre es möglich, dass sie akrobatische Kunststücke beherrscht, wie Linda sie vorführt. Oh. Utaku ist also die Täterin. Wenn man das erfährt... Hey Conan, schon etwas nicht? Äh, es geht um Utaku. Ich frage mich, ob sie okay ist. Du bist so süß, Conan. Tja, die Zauber-Schauer hat sie ermüdet. Sie ist auf ihr Zimmer gegangen. Vielleicht liegt es am Schock. Sie hat aber auch erwähnt, dass sie schnell müde wird, seit sie nicht mehr viel trainiert. Nicht mehr viel trainiert? Also sie haben ja früher viel trainiert? Hm. Utaku macht ein spezielles Training. Ich frage mich, wie das aussah. Ich frage mich, ob die gestolene dienstwürdige Kleidung, nach der Mero sucht, gefunden worden ist. Was? Die ist doch jetzt echt unwichtig, oder? Es ist ein Verbrechen geschehen und wir können nicht zu. Wofür sind wir die Detektiv-Boys eigentlich gut? Ich weiß, was Mr. Murray gesagt hat, aber warum lösen wir das Rätsel eigentlich nicht selbst? Ich verstehe dein Gefühl, aber Mr. Murray ist hier. Er ist verpflichtet, etwas zu unternehmen. Überlass das nur mir. Diese Morde werden schon bald aufgeklärt sein. Und, Ai noch irgendwas zu sagen? Sag mal, wer bist du in der Sache des, äh, Kostüm-Diebstahls? Äh, hinten drin. Er hängt möglicherweise mit den Morden zusammen. Ich werde ihm also nachgehen. Oh klar, es wäre auch eine gute Idee, zu überprüfen, ob weitere Kostüme gestorben worden sind. Andere Kostüme? Es ist keine schlechte Idee, die Sache zu überprüfen. Danke, Ai. Ich wollte gerade in der Karte nachgucken, wo eigentlich die ganzen anderen sind. Aber hier habe ich schon wieder eine Hauptperson gefunden. Oh Gott. Ah, ich würde mich auf Mori nicht verlassen. Ganz ehrlich gesagt. Ja, welchen wohl? Was hast du auch gebracht? Komisch. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Kommt, ihr habt bestimmt noch eine Weiß. Hey, komm, ich habe meine Dienstmännchen kennengelernt gefunden. Wo war sie? Sie wurde irgendwann wieder an ihren alten Platz gelegt. Irgendwann muss er es getan haben. Vielleicht jemand mit einem seltsamen Hobby. Hehe, freut mich, dass sie wieder da ist. Die Kleidung wurde zurückgebracht. Hätte man sie gestohlen, würde man sie normalerweise nicht zurückbringen. Wenn sie für ein Verbrechen benutzt wurde, hätte man sie auch nicht zurückgebracht. Aus Angst, Spuren zu hinterlassen, wie seltsam. Hm. Ich entscheide jetzt mal, wer wichtig ist. Ähm. Megumi? Sie ist die Sekretärin? Linda vielleicht? Utako? Also die ganzen Weiber befrage ich jetzt einfach nochmal. Es kann ja eigentlich nur eine Frau in Frage kommen, also, wenn irgendwer eine Frau ersetzen möchte, oder? Also jetzt rein logisch gedacht. Wo ist sie denn? Äh. Erster Stock sagt ja viel aus. Da ist sie ja. Ich hoffe, Utako geht es gut. Sie hat schreckliche Angst. Also habe ich die Medizin aus der Krankenstattung besorgt. Äh. Welche Art von Medizin? Oh. Äh. Die Art, die einen schlafen und voller Energie wieder aufwachen lässt. Etwas, das einen schlafen lässt? Wahrscheinlich als Schlafmittel. Könnte das für den Mord benutzt worden sein? Utako konnte aus Angst nicht schlafen, also bekamen sie Schlafmittel. Moment. Den brauche ich noch. Eigentlich die Tussen, also Achter Stock. Danach hoch und den Zwölften. Schlag ich vor. Weil die Tussen sind da eigentlich das die wichtigsten. denn wir sollen sonst die Rolle einer Frau in einer Akrobatik-Show hingenommen haben. Also wenn es jetzt Mr. Kai war, dann... Hui. Da würde ich mich aber echt wundern tun. Dass er sowas kann. Welche Zimmer waren das jetzt? Das hier, oder? Der hier. Hier, oder? Ja, geht doch. Elena, darf ich sie etwas fragen? Oh, warum geht das, der Detektiv? Wir versuchen die Sache mit den Kostümen. Sie haben eins, für die die Schau benutzt, richtig? Ja, das stimmt. Für die Schau wurden vier Kostüme hergestellt. Meine Schwester und ich hatten jeweils ein Kostüm. Kuiichi bewahrt die beiden anderen als Ersatz auf. Das G2 hier Ersatzkostüme für die Schau. Kuiichi ist für sie verantwortlich. Interessant. Hat Kuiichi dem Mord vielleicht in Auftrag gegeben? Ja, unwahrscheinlich. Kuiichi kann wohl kaum sich geklont haben. Aber was ist, wenn er einen wösen Zwillingsbruder hat? Darauf läuft es hinaus. Der wöser Zwillingsbruder... ...oder Stiefbruder, oder wie auch immer, hat den Mord begangen. Offenbar, nein. Boah, was ist das denn für großes Zimmer, ey? Lol. Was ist das? Wieso sollte sie sich entschuldigen? Das ist ein stichfestes Argument, das weiß ich nicht. Irgendwer muss es ja gewesen sein. Was steht da? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wo ist das? Wo ist das? Ich habe eine Alkarte mit mir. Ah, das? Ein nur Blatt. Ein Blatt? Ein Blatt? Ich habe mich zu schlafen, wenn ich eine Alkarte nicht zu schlafen habe. Wenn ich mich nicht zu schlafen habe, dann war ich bei mir ein Blatt. Ein Blatt. Ein Blatt? Ja. Ich habe auch schon lange nicht zu schlafen, weil ich mich sehr viel zu schlafen habe. Ich habe mir gesagt, dass ich mich gut beendet habe. Ah, genau. Gut, Uta-Ko-San ist nicht病. Danke, dass ich mich überrascht habe. Wenn ich mich über die gute Gesichter gesehen habe, dann bin ich sicher. Tschüss. mal ab aus diesem Scheißraum. Ich hoffe, es gibt nichts mehr Wichtiges. Boah, ist diese Scheiß-Königs-Diet riesig. Soll ich jetzt befragen? Soll ich noch mal runtergehen in... Gibt's für den Anderen? Ei hat eigentlich häufig was Interessantes zu sagen, deswegen... Gut, ich meine auch, ob sie wieder was Interessantes zu sagen hat. Ei komm schon, da ist bestimmt was, oder? Hmm, offenbar nicht. Hat irgendwas? Meine lange Reise zu meinem Fest wie ätzend. Ich versteh dich, aber ein paar Mord... Ich möchte aber lieber missdemokrieren, um den Anderen helfen, den Mord aufzuklären. Da hat man was, Maruda. Wir könnten zumindest Mo beim Falter geschonten Dienst mit den Kleidungen helfen. Der wurde bereits gelöst. Oh, wirklich? Ich habe überlegt, ob die Kleidung vielleicht bei den Morden benutzt worden ist. Jetzt muss ich verschwinden. Das Sachen kommt mir seltsam vor. Ja, das stimmt. Es muss das Recht des Mörders sein. Lass uns gehen und das Direktiv Moe sagen. Ich werde es nicht sagen. Ihr bleibt hier und haltet euch von Ärger fern. Das ist nicht fair, Conan. Das ist wirklich das Outfit des Dienstmädchens mit den Morden in Verbindung steht. Nö. Jetzt habe ich sie nochmal angesprochen. Was sind denn die... lol? Was sind hier die Fragen? Ich sehe, dass der Morde begangen ist. Wir sind hier dann ganz nah. Der Morde ist zu gut festgehalten. Oh, den könnte ich noch befragen. Wieso steht der so alleine? Das ist verdächtig. Oder dass der alleine dort rumsteht? Im Anbau? Der will sich bestimmt aus dem Staub machen. Der ist der Morde. Ach, was rede ich da? Der kann doch gar nicht in so ein Kostüm rein. Der ist viel zu fett. Wieso ist er dann ganz allein im... Ach ja, da wird ja gefeuert werden. Ich hätte ganz vergessen. Das ist nicht so. Wenn du in der Senat nimmst. Oh, wie geht's gar nicht? Ich bin hier so. Aber ich habe immer noch gefeuert. Den sich darüber redet doch mal sehr. Der ganze spätigst Autobahn. Wenn du in der Cage schicken wirst, kannst du die Schlange schicken. Der einfache ist der Sommer. Der darüber die spätigst. Der Schnellschutz muss ich wenn du mit einem aufpassen. Er hat sogar einen Motiv, der ist seinen Schuldenlust, wenn er... ...wenn er lenkt alles auf Mr. Kai, das aussieht, als hätte er die Schuld dafür. Dann ist er die Schuldenlust, das ist ein perfektes Motiv. Gott, es gibt jetzt viele gute Motive. Ja, das stimmt. Matoba-san war eine gute Frau, aber er hat sich manchmal gesehen, aber... Dann ist er, Ogino-san? Er ist so schwer, aber er hat sich nicht mehr ansehen, aber... Ah, ja, eine Frau von Okappa-san hatte, Ogino-san. Das Frau von Okappa-san? Das Frau von Okappa-san? Das Frau von Okappa-san war ein bisschen früher. Ein Gurken-Cock-tell, wie ekelhaft. Ein Gurken-Cock-tell, wie ekelhaft. Ah, das tut weh, das tut weh. Ein Gurken-Cock-tell, wie ekelhaft. Ein Gurken-Cock-tell, wie ekelhaft.